Ab wann macht Mikroplastik wirklich krank? VTA bietet eine wegweisende Lösung. Das Liquid Engineering Verfahren Nanocarbon. Für die kommenden Generationen ist es sehr wichtig zu wissen, dass es Methoden gibt, um Wasser effektiv zu reinigen. Durch diese flüssige Intelligenz werden Mikroplastik und anthropogene Spurenstoffe eliminiert. Nanocarbon kann im Gegensatz zur herkömmlichen Abwasserreinigung 98% der zellgängigen Mikroplastikpartikeln zurückhalten. Modell Stromschutz. Heute für morgen.